Ja, guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema SAP Datasphere und SAP BW Bridge. Heute zeige ich Ihnen einen Überblick über die BW Bridge, welche Funktionalitäten sie hat und wie man On-Premise-Systeme in die Cloud migriert mithilfe der BW Bridge. Mein Name ist Benjamin Huya-San, ich bin BI-Consultant bei IB Solution und beschäftige mich mit den Themen SAP Datasphere und SAP Analytics Cloud. Im heutigen Webinar werde ich Ihnen zeigen, was die Datasphere ist bzw. was die BW Bridge ist und welche Möglichkeiten der Migration man hat, um beispielsweise von einem On-Premise-System in die Cloud zu migrieren. Da gibt es verschiedene Wege. Dann gucken wir uns dann an, wie die Systemvorbereitung aussehen muss, also wie muss ich mein System vorbereiten, damit eine Migration gelingt. Und die Objekte, ja, ich zeige Ihnen, wie man Objekte von einem On-Premise-BW-System in die Bridge bewegt. Ja, und anhand eines Demos werde ich Ihnen dann noch demonstrieren, wie das Ganze dann an Systemen aussieht, am Beispiel einer Shell-Migration. Ja, die SAP Data Warehouse Cloud, die heißt ja jetzt SAP Datasphere. Das ist sozusagen die nächste Generation der Data Warehouse Cloud. Und die Datasphere ist sozusagen ein Cloud-Datenservice und bietet die Möglichkeit der Datenmodellierung, aber auch die Multi-Source-Konnektivität und die, ja, unter anderem auch Datenvirtualisierung. Ja, Datenvirtualisierungsmöglichkeiten. Alle Funktionen von der SAP Data Warehouse Cloud wurden beibehalten. Ja, Ziel ist es in diesem Fall, die Dateninfrastruktur zu vereinheitlichen und die Datenverarbeitung zu vereinfachen. Und dabei folgt SAP das Prinzip des Data Fabrics. In diesem Fall, ja, soll eine harmonisierte Sicht auf die gesamte Datenlandschaft, ja, ermöglicht werden, sei es für SAP oder Nicht-SAP-Systeme. Und dabei fokussiert man die Punkte Datenintegration, ja, Katalogisieren, semantisches Modellieren, Data Warehousing natürlich und Datenvirtualisierung. Die BW-Bridge ist der Weg in die Cloud für, ja, bestehende On-Premise-BW-Systeme. Ja, sie ist sozusagen eine Funktionserweiterung der Datasphere mit BW-Funktionalität. Ja, sie können Datenmodelle oder Datenflüsse mit BW-Objekten aufbauen und das innerhalb der Datasphere. Ja, sie bietet Unternehmen somit die Möglichkeit von einem Business-Warehouse, das noch auf 7.x oder BW-4HANA bieten somit Zugang zur Public Cloud. Und, ja, beispielsweise können bestehende Datenmodelle in einem On-Premise-System mit Hilfe der BW-Bridge in die Datasphere migriert werden. Ja, Datenmodelle können somit wiederverwendet werden, Datenstrukturen, Transformationen oder Anpassungen, Customizing, die können so in die Datasphere übernommen werden. Ja, mit Hilfe der BW-Bridge. Und die BW-Bridge dient sozusagen, wie der Name schon sagt, als Brücke zwischen Datasphere und der On-Premise-Welt. 70 bis 80 Prozent der bestehenden SAP BW- und SAP BW-4HANA-Artefakte können in SAP Datasphere transferiert werden, ja, laut SAP. Ja, wie sieht so eine Landschaft aus? Das ist hier mal eine Architektur von der Datasphere mit BW-Bridge. Wir haben hier unsere Datasphere und in dieser Datasphere haben wir unsere Datasphere-Core, wo wir hier unsere Modellierungsumgebung haben, ja, wo wir aus Remote-Tabellen dann Views aufsetzen können und das Ganze dann sozusagen im Reporting-Layer, also in der Analytics-Cloud auswerten können. Wir haben aber parallel dazu noch unsere SAP BW-Bridge, ja, und in dieser Bridge, da haben wir die Möglichkeit, ja, mit den BW-Objekten zu modellieren, ja, hier beispielsweise einen BW-Datenfluss zu erstellen und das Ganze dann in eine Space in der Datasphere zu transferieren. Darauf dann gegebenenfalls ein Datenmodell aufzusetzen und das Ganze dann in der Analytics-Cloud dann auszuwerten. Ja, Sie sehen, die Bridge ist somit Bestandteil der Datasphere und erweitert die Datasphere mit, ja, BW-Funktionalitäten. Welche Unterschiede gibt es zwischen BW-Bridge und dem On-Premise-BW-System? Ja, die BW-Bridge hat nur eine eingeschränkte, aber basierte Staging-Komponente ohne Urlaub-Engine. Das bedeutet, dass Sie nicht diese Analyse-Funktionen haben, wie in einem BW-Fuhana beispielsweise. Queries werden nicht unterstützt, nicht direkt unterstützt in der BW-Bridge, also sie können nicht angezeigt werden, sie können nicht direkt verwendet werden oder sie können nicht direkt, ja, bearbeitet werden. Ja, die werden aber als Metadaten verfügbar gemacht, das heißt, diese können Sie dann in die Space der Datasphere reinladen und, ja, darauf dann sozusagen Ihr Datenmodell dann aufbauen. Die BW-Bridge-Umgebung, ja, bietet nur für ODP-basierte Quersysteme, Extraktoren. Ja, in diesem Fall, die hier aufgelistet sind, dann haben wir hier, die SAP GUI existiert nicht in der BW-Bridge. Das heißt, die Modellierung findet in diesem Fall in der Clip statt und für weitere Verwaltungen oder administrative Tätigkeiten müssen Sie dann Ihre webbasierten oder das webbasierte Cockpit nehmen, ähnlich wie es bei BW-Fuhana ist. Da gibt es ja auch diesen BW-Cockpit-Browser für die Verwaltung und Prozessverwaltung. Und dasselbe haben wir hier mit der BW-Bridge. Sie benötigen Eclipse oder HANA Studio, aber auch ein BW-Modelling-Tool mit Cloud-Projekt-Support. Das heißt, wenn Sie eine ältere Version haben, müssen Sie das Ganze dann updaten auf eine Version, die diese Projekte unterstützt. Und des Weiteren benötigen Sie einen Webbrowser, was ja die meisten Geräte heutzutage haben. Die müssen aber Chrome-basiert sein. Das heißt, entweder Sie verwenden Google Chrome oder Microsoft Edge. Ja, wie sieht denn der Weg in die Cloud aus? Also ich habe jetzt hier eine Zwei-Systeme-Landschaft. Unter einem haben wir hier die Datasphere. Das ist unsere Cloud. Und hier haben wir unser On-Premise SAP BW 7.3 oder höher. Und zunächst einmal müssen die Datenmodelle von der On-Premise-Version in die BW-Bridge transferiert werden oder migriert werden. Ja, und wir sehen hier, dass wir BW 7 Objekte, 7x Objekte, dass diese gegebenenfalls dann konvertiert werden müssen in BW 4 Objekte. Ich habe später nochmal eine Tabelle, wo dann nochmal exemplarisch dargestellt wird, welche Objekte umgewandelt werden. In der Regel werden dann diese Objekte dann umgewandelt in BW 4 Objekte. Beispielsweise kann ich jetzt schon mal sagen, ein Multi-Provider wird dann in Composite Provider konvertiert. Sie sehen aber auch, dass jetzt hier dieser hellblaue Kasten hier in der BW-Bridge verschwindet. Also BW 3.5 Objekte werden nicht mehr unterstützt. Sie müssen diese Objekte vorher in ein BW 7.x Objekt umwandeln. Und erst dann können Sie diese Objekte dann weiterverwerten. Beziehungsweise transferieren. Dann, wenn die Objekte migriert sind, können Sie das Ganze dann in die BW-Bridge transferieren. Ja, Queries werden dann entweder als Start-Modell, entweder in einem analytischen oder in einem Business-Kontext dann importiert. Und Datastore-Objekte werden dann als Remote-Tabellen importiert. Seit dem neuesten Updates werden aber auch Datastore-Objekte oder Composite-Provider werden dann auch als Start-Modelle importiert. Das heißt, daraus wird dann direkt eine View erstellt mit den gesamten Abhängigkeiten. Ja, kommen wir zu der Konvertierung. Welche Ansätze der Konvertierung gibt es? Ja, unter einem gibt es hier diesen Greenfield-Ansatz, wo Sie halt komplett neu starten in der Cloud. Ja, entweder Sie bauen sich Ihren Datenmodell direkt in der Datasphere auf. Ja, es ist halt für Nicht-BW-Nutzer interessant. Oder für relativ wild gewachsene, ja, wild gewachsene BW-Systeme, wo man denkt, okay, man möchte jetzt mal einen Neuanfang machen und mal alles sauber aufbauen. Dann bietet sich in diesem Fall einen Greenfield-Ansatz. Sie haben die Möglichkeit, auf einer Shell-Conversion bedeutet, dass nur die Metadaten mitgenommen werden, also die Definitionen der Datenmodelle, aber keine Daten. Die Daten werden nicht mitgenommen, Sie nehmen nur die Definitionen mit, beispielsweise Sie haben ein ADSO und dieses ADSO nehmen Sie jetzt über die Shell-Conversion mit in die BW-Bridge. Dann haben Sie nur das ADSO drin, ohne die da drin gespeicherten Daten. Dann gibt es die Remote-Conversion. Und bei der Remote-Conversion werden die Objektdefinitionen, also die Metadaten, also das Datenmodell plus Daten mit rübergenommen. Ja, also im Gegensatz zum Shell-Conversion, wo man ja nur die Hülle mitnimmt, nimmt man hier auch noch den Inhalt mit. Sie sind ja nicht beschränkt auf nur einem Ansatz, Sie können das Ganze auch frei kombinieren. Ja, das bietet natürlich mehr Flexibilität. Beispielsweise Sie möchten nur einen Bereich neu aufbauen in Ihrem System. Dann machen Sie in diesem Bereich einen Greenfield-Ansatz. Oder Sie möchten dann das Ganze ein bisschen beschleunigen. Sie nehmen dann für diesen Greenfield-Ansatz dann nur das Datenmodell mit, ohne Daten und bauen das Ganze nochmal neu auf. Dann können Sie diesen Greenfield-Ansatz ein bisschen beschleunigen. Oder Sie nehmen die Daten mit, ja, für einen bestimmten Bereich, wo Sie denken, die brauchen die Daten da. Dann machen Sie das alles in Kombinationen. Ist es nicht nur auf eine Art beschränkt, sondern hängt natürlich davon ab, wie Ihre Anforderungen sind. Und somit können Sie dann schrittweise Ihr System dann in die Cloud verlagern. Ja, bei der Konvertierung werden ja, wie gesagt, Objekte umgewandelt. Ja, hier haben wir eine kleine Liste. Beispielsweise wird ein Datastore-Objekt, so ein klassisches in ein Datastore-Objekt Advanced umgewandelt während der Konvertierung. Das passiert automatisch. Ein InfoCube, Multiprovider, InfoSet. Diese beiden werden jetzt als Composite-Providers, werden in einen Composite-Provider konvertiert. Und das passiert auch während des Transfers automatisch. Dafür gibt es das Transfer-Tool von SAP. Das zeige ich Ihnen gleich in der Demo, womit Sie dann das Ganze dann rüber transferieren können. Und das konvertiert dann die Objekttypen automatisch für Sie. Gehen wir weiter zum Systemstatus. Die Vorbereitungen, die Sie dann treffen müssen. Nächstes Mal müssen Sie überprüfen im Sender-System, also in Ihrem On-Premise-System, ob alle SAP-Nodes installiert sind, die für die Migration wichtig sind. Dafür gibt es den Node-Analyzer. Den können Sie über SA38 aufrufen. Und dann können Sie diese Node hier einspielen. Und das zeigt Ihnen dann alle Abhängigkeiten und alle fehlenden Nodes, die nochmal installiert werden müssen für die Migration. Das ist ein wichtiger Schritt, den Sie vorher machen müssen. Sonst haben Sie die Funktion des Transfers, eigentlich haben Sie das nicht zur Verfügung. Also Sie müssen zunächst einmal alle Nodes aufspielen. Dann müssen Sie den Cloud-Connector installieren. Und der Cloud-Connector verbindet den SAP BW Bridge Cloud-System mit unserem On-Premise-System. Das Ganze passiert dann über eine RFC-Verbindung und einem Communication-User. Sie müssen in der Bridge einen Communication-User einrichten, der dann sozusagen für den Transfer eingesetzt wird. Für die Verbindung zunächst einmal, aber auch für den Transfer wichtig ist. Also der Transfer läuft nicht über Ihren User ab, sondern über diesen Communication-User. Dann müssen Sie eine Bereitschaftsprüfung machen. Sie müssen erst mal gucken, ob Ihre Objekte in Ihren On-Premise-Systemen überhaupt kompatibel sind mit der Bridge. Ja, und die, die jetzt Objekte, die nicht verfügbar sind in der Bridge, die werden meistens automatisch konvertiert, was ich ja vorhin in der Tabelle gezeigt habe. Aber manche Objekte müssen auch gegebenenfalls gelöscht oder manuell angepasst werden. Da gibt es hier auch ebenfalls ein Programm, das Sie ausführen können, ja, im SR38. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Sie haben hier in diesem Fall Ihre Info-Area. Das sind die Befunde vom Pre-Check, wenn Sie das einmal durchlaufen lassen. Und dann sammelt Ihnen dann die ganzen Info-Areas mit den Objekten, die problematisch sind oder wo man nochmal ein Auge draufwerfen muss. Und wenn Ihr Info-Area nicht hier dabei ist, dann heißt das, dass alle Objekte da drin kompatibel sind und dass Sie dann einfach transferieren können ohne Probleme. Wenn Ihre Info-Area hier auftaucht, dann müssen Sie gucken, welche Objekte hier links sozusagen problematisch sind oder Änderungen benötigen. Und dann können Sie hier draufklicken bei der Prüfmeldung und dann werden Sie zu der jeweiligen SAP-Node weitergeleitet, wo drin steht, was Sie dann machen müssen. Ja, das waren soweit die Vorbereitungen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze dann auch rüberbringen. Ja, also ich habe jetzt eine Demo für Sie vorbereitet, in der es darum geht, dass wir mal zusammen eine Shell-Conversion durchführen. Also wir nehmen nur die Metadaten mit und ja, ich zeige Ihnen das Ganze jetzt mal im System bei uns, wie das Ganze funktioniert. So, wir befinden uns jetzt hier in der Eclipse-Oberfläche. Ich werde Ihnen mal kurz zeigen, wie die Modellierung im BW-Bridge aussieht und dann werde ich Ihnen zeigen, wie man einen Shell-Transfer durchführt. Ich habe jetzt hier drei Projekte angelegt, zwei BW-Bridge-Projekte. Einmal ist es ein BW-Bridge-Uber-Projekt und einmal ist es ein BW-Bridge-Projekt. Und hier unten haben wir ein BOH, das ist unser BW-On-HANA-System, On-Premise-System, wo wir die Datenmodelle entnehmen wollen und das in die Cloud migrieren wollen. Ich kann mal kurz die BW-Bridge-Matte zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Ja, das ist eigentlich ähnlich wie bei BW-4. Sie haben hier Ihre Info-Area und Sie können dann mit Rechtsklick neue Objekte erstellen. Eigentlich ist die Bedienung wie gehabt. Sie haben hier die Möglichkeit, hier oben das Cockpit zu öffnen, dort in die Verwaltung zu gehen. Ja, und hier unten haben Sie Ihre Datenquellen, Ihre ODP-Datenquellen. Ja, die Sie dann verwenden können. Ja, ich zeige Ihnen mal das Datenmodell, das wir verwenden möchten für unseren Shell-Transfer-Beispiel. Und dafür gehen wir hier in diese Info-Area, FICO-Demo. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach ein ADSO beladen mit der AC-Doc-A-Tabelle und habe hier Transformationen und DTP angelegt. Ja, und das Ganze dann hier in einen Composite-Provider gepackt oder darauf eine Query erstellt. Ja, fachlich weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, aber einfach nur, um Ihnen zu zeigen, wie das aussieht, wenn man hier mehrere Objekte hat, die man transferieren möchte. Queries kann man nicht direkt transferieren. Ja, die werden immer mittransferiert auf diejenigen Objekte, die Sie gerade aufliegen. Beispielsweise wollen wir jetzt hier in diesem Fall den Composite-Provider transferieren. Und in diesem Fall wird die Query einfach mittransferiert. Alles klar. Ziel ist es, dieses Datenmodell mit Query sozusagen hier oben in die BW-Bridge zu transferieren. Ja, wie machen wir das? Zunächst einmal müssen wir die SAP GUI aufrufen. Und da gibt es eine Transaktion, die heißt STC01. Sie können das Ganze auch direkt über das BW, über den Transfercockpit machen vom BW, aber der leitet Sie letztendlich auch nur auf diese Transaktion. Deswegen kann man die auch direkt aufrufen. Hier haben Sie dann in der Aufgabenliste SAP BW Transfer Cloud Shell. Wichtig Shell, weil wir wollen ja nur die Datenmodelle mitnehmen und nicht die Daten selbst. und können das Ganze dann mit F8 oder hier oben auf diese Uhr ausführen. Genau, der hat mir jetzt eine Aufgabenliste erstellt, wo ich dann das Ganze noch mit Parametern füllen muss. Der erste Schritt ist, das Objekt auswählen. Also ich kann jetzt hier draufdrücken und mein Objekt aussuchen, indem ich hier auf Plus klicke. Ich will diesen Composite Provider rübernehmen. Also gebe ich jetzt diesen Namen ein. Genau, das sollte ausreichen. An Info Provider auswählen und suchen. Und Sie sehen, das hat er hier schon hinzugefügt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, nur dieses Objekt mitzunehmen. Also wenn ich das hier auswähle, dann sucht er mir nicht die Abhängigkeiten. Ja, weil im nächsten Schritt werden die Abhängigkeiten, also alle diese Objekte hier, hinzugefügt, also zusammengesucht und hinzugefügt. Wenn ich das hier auswähle, dann nimmt er nur dieses Objekt mit, also nur den minimalsten Umfang. Queries werden automatisch eingesammelt. Ja, wenn hier drauf eine Query liegt, die kommt dann mit. Und dann haben wir noch diesen Button hier, der sorgt halt dafür, dass wenn beispielsweise eine Query auf einem ADSO liegt, wenn Sie da drauf eine Query erstellt haben, dass der auf diesen ADSO einen Composite Provider generiert und dann die Query drauf sitzt. Genau, das ist, weil Queries direkt auf ADSOs beispielsweise werden in der BW Bridge nicht unterstützt. Habe ich alle meine Objekte gesammelt, ich kann hier auch noch andere Objekte hinzufügen, die ich transferieren möchte. Habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Zielsystem auszuwählen und dann kann ich hier mein Zielsystem sozusagen eintragen. Das muss natürlich vorher eingerichtet werden mit dem Cloud-Connector und dem Communication-User und der Name vom System, das ist jetzt unsere BW Bridge, der muss sozusagen dann hier eingetragen werden. Haben wir hier unsere Objekte ausgewählt, können wir das Ganze jetzt bestätigen mit dem grünen Haken und dann können wir das Ganze dann ausführen, indem wir hier oben entweder auf F8 drücken oder auf die Uhr. Genau, der sammelt jetzt die Abhängigkeiten die jetzt noch benötigt werden. Ja, und jetzt erscheint hier auch ein Stopp-Zeichen, das heißt, wir müssen hier weitere Parameter ausfüllen. Wir klicken jetzt hier auf Parameter füllen. Der öffnet uns eine Liste mit den Abhängigkeiten und wir sehen hier, hier ist unser Composite Provider, aber auch unseren ADSO. Ja, und ich kann jetzt mir alle Objekte einblenden. Dann sehen wir hier auch unsere Transformation und DTP und unsere Data Source. Die wird auch mitgenommen. Ja, die Data Source, da haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze umzubenennen. Sagen wir mal, wir haben die gleiche Data Source, die wir jetzt hier angelegt haben in unserem On-Premise-System, ebenfalls in der BW Bridge. Dann können wir diese Data Source direkt hier angeben und dann wird es direkt umgemappt. Ja, also hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu ändern. So, jetzt kann ich die Query-Elemente einblenden. Also wenn ich Queries mitnehmen möchte, dann kann ich dann die Query-Elemente über diese Buttons einblenden. Dann sehen wir hier schon, das ist hier unsere Query, die wir benötigen. Ja, das ist diese Query hier. Das hat er auch direkt gefunden. Und wir können das Ganze dann hier auswählen, bei Objekt übertragen. Das Ganze hier auswählen. Sie sehen, der hat hier automatisch schon die ganzen Häkchen gesetzt, weil er sucht sich sozusagen die Abhängigkeiten dazu heraus. Und wenn man ein Objekt auswählt, dann wählt er noch alle Abhängigkeiten automatisch mit aus. So, jetzt habe ich alle Objekte ausgewählt, die mich interessieren, die ich rüber migrieren möchte. Der nächste Schritt ist es, das Ganze auf einen Transportauftrag zu schreiben. So, ich klicke hier oben drauf auf den LKW. Ich wähle mein Paket aus. In diesem Fall nehmen wir hier ein Paket, das wir erstellt haben und weisen das Ganze dann einem Transport zu. Lokaltransport beispielsweise. Wenn Sie hier keine Aufgabe oder keinen Auftrag sehen, dann müssen Sie auf jeden Fall Ihren Communication User mal überprüfen, ob der einen Transport zugewiesen bekommen hat. Das läuft nicht über Ihren User ab, sondern über den Communication User. Denen müssen Sie diesen Auftrag zuweisen. Ja, wenn Sie denen keinen Auftrag zuweisen, dann sehen Sie auch keinen Auftrag. Das ist ganz wichtig in diesem Schritt. Hat es funktioniert, dann klicke ich auf Continue und kann hier mit dem grünen Haken bestätigen. So, jetzt haben wir unser Objekt und auch alle Abhängigkeiten gesammelt, das Ganze auf einen Transport geschrieben und dann können wir das Ganze nochmal ausführen. Also, ich klicke nochmal auf F8 oder auf die Uhr und der leitet uns der Zweiter bis zu der Prüfliste. Genau. So, hier müssen wir noch etwas überprüfen. Nämlich handelt es hier um bestimmte Objekte, die nicht von diesem Tool hier überprüft werden können. Das heißt, es erfordert eine manuelle Prüfung. Ich kann jetzt hier nochmal draufklicken. er sagt uns, dass wir diese Objekttypen nochmal uns angucken sollen. Die werden nicht automatisch überprüft, sondern die erfordern manuelle Sichtung und dann müssen wir sagen, okay, da sind keine Probleme mit verbunden und können transferiert werden. Ja, wir können das Ganze einfach auswählen, dass das gelöst ist, ja. Das Programm glaubt uns das. Wir können das Ganze dann bestätigen und wir gehen zurück. und können dann im letzten Schritt ja, das ganze Datenmodell transferieren. So, ich drücke jetzt nochmal ein letztes Mal auf diese Uhr und er sammelt mir alle Objekte und transferiert mir das Ganze in die BW-Bridge. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es ein bisschen länger dauert. Das heißt, dass er auch im Hintergrund arbeitet. Alles klar. Das ist jetzt durchgelaufen. Ich kann jetzt nochmal gucken. Ich muss hier draufklicken, Aufgabenprotokoll anzeigen und wir sehen, genau, ja, alles grün mit Warnungen. Klar, das ist ganz normal. Aber die Daten sind rüber. Die Datenmodelle sind rüber. So, jetzt gehe ich nochmal zurück zur BW-Bridge. Ja, ich schließe jetzt mein BW-on-Hana-Projekt. Jetzt öffne ich BW-Bridge-Projekt. Öffne mein BW-Repository und muss das nochmal aktualisieren mit F5. So, und wir sehen, hier unten ist eine neue Info-Area angekommen. Wir haben hier unsere benötigten Objekte drin. Ja, wir haben hier unseren Composite-Provider und wir haben hier unseren DSO und ebenfalls unsere Transformationen und unsere DTPs. Ja, also, und die Objekte wurden erfolgreich rübergeladen, hat funktioniert und wie wir hier sehen, sehen wir keine Query. Ja, wie gesagt, Queries werden hier in der BW-Bridge nicht unterstützt und die werden nicht angezeigt, aber die sind auf jeden Fall mit rübergekommen. Alles klar. So, wie laden wir das denn jetzt das Ganze in die BW-Bridge rein? Ja, dafür gehe ich hier in die BW-Bridge, gehe dann zu meiner Space, in den Data Builder öffne, öffne dann mein BW-Bridge-Space und hier habe ich die Möglichkeit, meine Objekte reinzuladen. Das habe ich hier schon mal gemacht, ja, aber ich kann Ihnen nochmal vielleicht ein anderes Objekt zeigen, vielleicht das DSO. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, Remote-Tabellen hinzuzufügen. Ich kann jetzt hier draufdrücken, der verbindet sich mit der BW-Bridge und hier habe ich die Möglichkeit, hier sind jetzt meine Info-Areas und hier sehen wir unsere Info-Area, die wir erstellt haben für dieses Webinar und hier, wenn wir das aufklappen, sehen wir unsere Objekte. Genau, ja, ich kann immer dieses Datastore-Objekt importieren, importieren. Das Ganze wird jetzt hier als Remote-Tabelle importiert. Ich kann das Ganze jetzt hier auf mit Import und Deploy importieren. Und das Ganze läuft jetzt im Hintergrund ab, ja, und hier steht Import Successful. Ich kann das jetzt hier beenden und wir sehen hier haben wir unseren ADSO. Ja, ähm, und es wurde auch gerade soeben deployed. So, jetzt die Frage, wie kriegen wir Queries hier rein? Dafür müssen wir aus der Space raus und wir gehen dafür hier in einem anderen Space und jetzt haben wir die Möglichkeit hier Entities zu importieren. Hier wählen wir BW Bridge aus als Verbindung. Ziel Space, das ist unsere Space, die wir verwenden wollen. BW Bridge Connection, jetzt haben wir die Möglichkeit unsere Entitäten auszuwählen, ja, die in der BW Bridge vorliegen und genau, das können wir mal auswählen. Analytic Query, ja, da haben wir jetzt nur eine Query, das kann ja nur die eine sein, die wir importiert haben. ja, hier haben wir hier ZQFI CO01 Query, das können wir jetzt auswählen, im nächsten Schritt können wir das Ganze dann nochmal reviewen, ja, das heißt, es zeigt uns dann alle Abhängigkeiten an, die dann mit importiert werden sollen und ja, genau, ja, Sie sehen, es generiert mir jetzt hier daraus automatisch für den Business Builder ein Fakten View, aber auch, ja, Dimensionen und abhängige Zeitdimensionen, die dann, die habe ich schon bereits importiert in diesem Fall, ja, aber wir können dann rein theoretisch auf Start Import and Deploy drücken, dann werden die ganzen, dann wird die Query importiert, beziehungsweise dann generiert er uns daraus die ganzen, ja, Dimensionen, und Views. So, das war die Demonstration zur Shell-Migration. Sie sehen, mit wenigen Schritten kann man ein relativ einfaches Datenmodell in die Cloud befördern. Natürlich hängt das auch vom Umfang des Datenmodells ab, wie komplex ist das Modell, je nachdem, muss das dann angepasst werden, aber Sie sehen, SAP bietet hier einen Tool, womit Sie den Schritt in die Cloud wagen können und, ja, somit eine Möglichkeit besteht, Ihre bestehenden Datenlandschaften dann in die Cloud zu befördern. Ja, wir sind jetzt am Ende angekommen, falls Sie Fragen haben, schreiben Sie die doch in den Chat rein, ja, wir werden versuchen, die dann noch zu beantworten, wenn wir es nicht mehr schaffen, werden wir nochmal im Nachgang auf die zukommen oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail. Das Webinar wird dann am nächsten Tag hochgeladen und, ja, dann können Sie sich das nochmal angucken. Ja, gut, wir sind es am Ende angekommen. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.